Hallo, guten Morgen. Es ist jetzt 10 nach 4. Wir stehen schon fast eine halbe Stunde hier. Und zwar stehen wir hier am Thuner See. Und ich habe zwei Kameras am Laufen. Die Sony A6300 und die Nikon D750, beide mit Weitwinkel. Und da vorne ist halt eben der See mit dem Niesen, dem Berg, und der Milchstraße da drüber. Und ich mache mit der Sony ein Timelapse, sodass ich hoffentlich das hinkriege, dass die Milchstraße dann so langsam da rüberläuft. Und mit der Nikon spiele ich halt ein bisschen rum und fotografiere so ein bisschen. Ganz normal, die Milchstraße. Es ist leider nicht kalt genug. Obwohl es mir recht kalt ist langsam. Kälter wäre besser, weil die Luft dann klarer wäre. Und der Chip kühler wäre. Ich hätte weniger Rauschen. Und vor allem wäre die Luft einfach klarer. Dadurch, dass wir am See sind, hat man doch ein bisschen Flüssigkeit in der Luft. Und das merkt man natürlich sofort. Aber ansonsten wollte ich gerade sagen, eine Gaudi, das stimmt mich wirklich. Ich hoffe einfach, dass es sich lohnt, hier zu stehen und zu frieren. Also, bis später. Ich hoffe einfach, dass es sich lohnt, hier zu sehen.